Denn eines will ich am Ende noch sagen, dass wir so gut durch die Pandemie gekommen sind, hat vielleicht auch mit unserem Staatsaufbau zu tun, dass der Bund auf der einen Seite versucht zu helfen, dass es die Länder gibt, aber dass vor Ort eben auch Entscheidungsmöglichkeiten sind. Und das zeichnet unser Land aus und so soll es auch weiter sein. Mit dem zweiten Bevölkerungsschutzgesetz stellt der Bund unter anderem 50 Millionen Euro für die Digitalisierung zur Verfügung. Ich glaube, hier haben wir noch viel zu tun. Und schließlich wollen wir mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst ein großes Unterstützungspaket von insgesamt vier Milliarden Euro schnüren, um langfristig auch den öffentlichen Gesundheitsdienst zu stärken. Und dazu gehören dann auch zum Beispiel 5000 neue Stellen in den kommenden Jahren. Ich habe jetzt schon bei einem Besuch in meinem Wahlkreis erfahren, dass viele schon Angst haben, dass jetzt alle Ärzte zum öffentlichen Gesundheitsdienst gehen und nicht mehr für die akutmedizinische Versorgung zur Verfügung stehen. Also das wird auch wieder eine neue Diskussion geben. Aber wir wollen viel Geld in die Hand nehmen, weil wir wissen, dass nicht nur Individualmedizin in unserem Land gut sein muss, sondern auch die Communitymedizin, wie man so sagt, für die Gemeinschaft. So. Bis zum nächsten Mal.